Bevor es mit dem Video losgeht, wollten wir heute mal zwei Personen grüßen. Einmal die Anna und Ulrich. Genau, und jetzt geht es ja schon mit dem Video los. Viel Spaß! Am Morgen! Heute ist der Tag der offenen Tür. Ich ziehe mich schon mal an. So. Schaut aufstehen. Guten Morgen. Heute ist Tag der offenen Tür. Ja, dann können die Kinder endlich mal deine Arbeit sehen. Freut sich bestimmt. Ja. Heute haben die Kinder ja frei. Aufstehen. Heute ist Tag der offenen Tür. Können wir heute ein Papas Video? Wow, normalerweise läuft das nicht so ab. Ja, ich war schon vorbereitet. Ich habe mir das im Kopf behalten. Heute ist der Tag der offenen Tür. Ähm, ja. Komm, ich ziehe mich schon mal an. Ja, los! Ähm, okay. Er hijo? Ja, los! Da ist das. Ich ziehe mich schon mal an. okay wir haben noch was vergessen jetzt können wir los ja so hunde müssen da draußen warten bei ihm ganz gut um hunde kümmern okay dann bitte aber ganz voll belagert wenn die meisten hunde dabei haben ja also das karte hallo er sitzt hier immer an der kasse genau das mimo hallo ich bin für die versicherung zuständig das lilly ich meine ich bin lilly die heißt genauso wie ich das ist stark klotz hier sind unsere ganzen sachen drin okay und da hinten ist einmal unsere bitte mal weg gucken sonst wisst ihr den code ihr könnt wieder gucken wow voll cool nein und dann kriegen wir unsere kinder wieder raus keine sorge wir kriegen sie raus mach doch gar keine sorge kinder darf doch nicht einfach so rein entschuldigung ja wir machen ja wirklich trotzdem mhm okay dann gehen wir in den zweiten stock genau hier arbeitet auch euer papa genau hier ist mein platz super super es ist ja was soll denn eigentlich der wackelpudding da oben ach da ist nur unser tag hat drin okay hier sind meine ganzen taschen und hier arbeit ich bin noch für die sachengruppe zuständig ich bin noch für die sachengruppe zuständig es kommt dann hier vorne raus cool mhm Der Stuhl ist ja bequem, der dreht sich ja. Ja, du musst aufpassen. Okay, dann fangen wir ganz vorne an. Hier ist unsere Scheiberputzerin. Hallo, ich bin Lolli. Genau, die putzt die Scheiben. Und ja, hier haben wir dann Besprechungen. Immer, da schreibt unser Chef immer die, ja, wenn wir zum Beispiel neue Aufgaben erfüllen müssen. Genau. Cool, kann man da malen? Ja. Cool, ich will eine Blume malen. In your own team. Cool. Ähm, eigentlich ist es bloß für Gesprächungen. Wer ist das denn? Wolke, geh bitte weg. Ich wollte es euch bloß sagen. Hier ist die Toilette. Und hier ist unser Chef. Chef? Sie dürfen rein. Sie dürfen rein. Nein. Hallo. 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 Ah. Zum Glück, das war nur ein Hund. Upsi. Oh nein, eine Quale ist wieder ausgebrochen. Ihr sollt doch drin bleiben. Oh, okay. Ich hoffe, jemand sieht. Ach, nee. Ich mach gleich nochmal eins. Ja, hier sind meine ganzen Essenssachen. Ja, hier mein Hund. Und hier sitze ich immer und arbeite. Cool. Komm, wir gehen wieder runter. Ah! Ähm. Ähm. Upsi. Verstehen wir mal. Verstehen wir mal. Okay, ich glaub, wir gehen in den letzten Stock. Genau, hier ist unser, ähm, Restaurant. Das passt grad. Ich hab Hunger und Durst. Und dann können wir doch gleich. Hallo. Hallo, was möchten Sie? Einmal was zu trinken. Okay. Ich auch das Gleiche. Okay. Einmal. Zweimal. Das Gleiche hat ich gesagt. Was zu essen? Mhm. Ähm. Ich möchte... Ein mit Speck. Ich auch. Einmal ein mit Speck. Zweimal ein mit Speck. So. Ich schmeck nicht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. So. Hier. Hier. Dann geht's. So, Kinder. Und jetzt noch... ...zu unserem Hubschrauber. Können wir eine Runde fliegen? Na gut. Okay. 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 Oh mein Gott. Okay. Und los. Sie ist mit einer Runde geflogen. Das war cool. Mir ist auch schwindelig. So schlecht bin ich nun auch wieder nicht geflogen. Ja, das nächste Mal gibst du uns Bescheid. Also mir ist überhaupt nicht schwindelig. Sie ist wenigstens eine, die meine Flugkunst mag. Das war's. Tschüss.